Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Stefanie an. Dieser hat über Garnier Haunplatt Reihen 1 geschrieben, welches sie mit 4,7 Sterne bewertet hat. Was mir ihrer Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Erstmal ein großes Dankeschön dafür, dass es diese Webseite gibt. Mir macht es einen unglaublichen Spaß hier meine Erfahrungen mit anderen zu teilen, um ihnen helfen zu können. Noch fröhlicher wäre ich natürlich, wenn ich auch noch diesen kostenlosen 20-Euro-Amazon-Gutschein gewinnen würde. Fast jeder hatte schon mal oder hat Probleme mit der Haut, ob man nun mitten in der Pubertät steckt oder schon erwachsen ist und eine unreine Haut oder Mischhaut hat. Jeder kennt doch diese unnötigen Pickel oder Mitesser, die wirklich sehr lästig sind und meist zum unpassendsten Zeitpunkt auftauchen. Wer wünscht sich denn nicht so eine wunderschöne reine und makellose Haut wie ein dieser Supermodels, die man nahezu in jeder Erwärmung finden kann? Lange habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich zu einer besseren Haut komme. Klar habe ich jetzt auch ab und zu noch ein Pickel, aber es hat sich wirklich deutlich verbessert, was mich sehr freut. Bei all den unzähligen Gesichtswassern, Gesichtspeelings und Gesichtsmasken und was es sonst noch so alles für Produkte gibt, von unzähligen Herstellern. Garnier Hautklar. Hilft es wirklich? Mein absoluter Favorit ist eindeutig Garnier Hautklar 3 in 1 Gesichtsreinigungsmaske und Peeling. Man kann es als Reinigungsgel, Reinigungsmaske oder als Gesichtsbeeling nutzen. Ich war anfangs eher skeptisch, ob Hauptklar 3 in 1 überhaupt das verspricht, was Garnier sagt und ob man damit zufrieden sein kann. Denn leider halten auch bekannte Hersteller nicht immer ihre Verkaufsversprechen ein. Garnier verspricht einem wirklich viel an ihrem Produkt. Der Werbeslogan, Hauptklar, alles klar, trifft hier wirklich voll und ganz zu. Ich selber fühle mich viel wohler in meiner Haut und mein Pickelproblem hat sich spielbar verbessert. Daher kann ich es nur weiterempfehlen. Ich habe Garnier Hautklar 3 in 1 bei Amazon bestellt und muss sagen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis hier einfach einsame Spitze ist. Läppische 5 Euro für eine 150ml Flasche sind völlig in Ordnung. Diese Flasche reicht bei mir einen kompletten Monat. Ich habe wirklich sehr gute Garnier Hautklar 3 in 1 Erfahrungen gemacht, ganz im Gegensatz zu anderen Pflegeprodukten, die ich im Test hatte. Über Kommentare zu meinem Bericht würde ich mich freuen. Es würde mich auch interessieren, was ihr so für eine Garnier Hauptklar 3 in 1 Erfahrungen gemacht habt oder noch machen werdet. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewertet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kennerei. 2 3 4 6 7 8 9